zack ich geh mal kurz ein paar bäume abhacken hacke du mal ich bin gleich mal weg bringt das kupfer noch vorbei äh das ist wichtig ok ne es war weit weg die turtle müsste auch was haben ja weiß ich nicht wo sie ist bevor brauchen wir das es ist keine eisenachs da in eisenachs 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 dumm stroh dumm ok ich bin kurz weg saut nicht lange tschau 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 das da müsste eigentlich auch mal abbauen immer wird hier alles liegen gelassen und meine speziellen sind auch kaputt na super immer ist alles kaputt und da ist der das ging aber schnell oben steht auch ne crafting bench so bäume so das ging aber schnell ja ja ich bin schneller typ hoch schnell wie der wind dass wir die bäume holen na ich frage mal den neue pickaxe nein ich habe schon nur noch eine aus stein im inventory ich habe eine aus stahl ja ja das mit den spawner das ist ein scheiß ich darf gleich noch ein paar bisschen gras mitnehmen gras ja du immer mit dem gras ja so ist der runter soll ich da runter da ist so viel zu da ist die gras nö soll ich da runter soll ich da runter ich weiß es nicht da das tut das nicht äh tut's bäume hellen hier fehlt drin hier fehlt drin ich habe doch eine facke hab ich ey ich seh viel und kein essen mehr doch wie großer bomb den lasse ich stehen baue ich unten erst mal äh so ein bisschen das raum den raum so aus äh so ein bisschen so dann mache ich noch eine baumfarm und mache das joo mache ich auch das so ein elektrik verletzung gemacht ne ne du sollst ja das kupfer dabei bringen ne ich habe noch nicht so viel das ist also drei ich glaube das reicht nicht drei kupfer drei kupfer ja ok das reicht ja reicht egal oder ist das uran oh eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun auf einer stelle nicht erspricht ach so gut äh die zutel ist mir schon in Japan gekommen immer diese zutels von heute ja ist echt schlimm ey das sind so viele rohstoffe ich kann gar nicht hinterher nicht abbauen wozu alle nicht stehen ach halt jetzt mal stahl äh eisenachs lange so viel holz habe ich jetzt auch noch nicht aber hält schon ordentlich ach das brauche ich nicht das ist ja auch gut dass es so lange hält eh brauche ich auch nicht ach noch 13 gänge ach ich geh schon mal zurück ne ich kann nicht aha das ist die spawn nein das ist gute zeug egal hast du kästen gemacht ne ich war kein holz mehr wirklich da aber ich hab ja grad ein paar sechs jetzt holz ich hol grad welche und kill doch ein paar schweine ich geh mir diese schweine da haben wir hier noch nach hier an rohstoffen geht denn müssen wir noch eisen wo drei ja in der kiste da unten ist ganz viel gelb ah weißt es eigentlich wir haben das doch wir haben das doch schnell zur turtle weht auch ich mache heute eigentlich noch redstone im inventar komisch weil du redstone abgebaut hast ja aber ich bin ein toller holzfan ich dachte ich hätte das eigentlich alles in die kiste gepackt seltsam aber magnetmodus ist schon was tolles rr 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 r oh wasser und skelett gefährlich gefährlich sogar noch zinn alter was hätte ich mir alles liegen lässt du ganz schlimm da hat das wasser gut im skelett ich habe eine schlucht habe eine schlucht gefunden bitte kein skelett das mich von der schießt und acht Kisten sehr guten nein meine Tötele hat mich untergeschobst tot bin ich böse böse Tötele warum Tötele Mensch Töme weißt du da guckst du schon nach allen Monstern aber wer schubst sie runter die Tötele du bist im Weg ich kann nicht warten blöde hoppa also zack lass mich raus da bisschen Getreide hier anpflanzen und 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 Meine Items waren nicht ein Grabstern, cool. Das ist echt kacke. Huch nein, so. Ach, komm. Du doofe Kohle. Danke sehr. Ja, das brauche ich dann. Hier irgendwo noch ein Rubber. Da ist Rubber. Brauche ich Cobblestone. Hey, wir haben schon 21 Zettel und 10 Staub. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, das ist schon. Kann man da bestimmt schon fast den Controller machen. Hey, macht man ein Koppelkabel? Ach, das ist der Brauch. Ach so. Das ist ja Koppelkoppelkopf. Den Hammer. Wo ist denn der Hammer? Ach, den habe ich schon. Und dann die Schere. So. Das ist aber auch umständlich. Koppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelkoppelk ja nicht so ist auch eisenplatten immer über diese eisenplatten dem muss ja ätzend das ganze eisen zu eisenplatten gemacht na ja ich hab noch was hatte also eisen elektrik für das schildte nein ich habe es auch gesetzt hast du mal treiber ist funktioniert nicht ich guck mal was ich mache quads engineer ist wahrscheinlich eine range industrial craft da braucht man diese bronze ist doof weil bronze ist kompliziert ok ist jetzt nicht so schwer aber wir haben gerade keinen kupfer oder hast du noch kupfer doch ich hab was mitgebracht dann pack mal den maserator hatte ach so ich kann ja mal die ganzen ohren mit ihm rausnehmen sieht auch ja so kupfer gleich mal brennen zu viel stuff und zu wenig strom für beides ja weil eigentlich jeder zwei eu braucht jetzt glaube ich auch gerade noch nacht draußen ich glaube nicht doch wohl jetzt ich hab jetzt nur noch einer an und er hat nicht genug strom nur solarpanels funktionieren ja dann brauchen wir noch einmal schon zinnen naja wenn ich das muss dann so aha eh oh ah achso ah das sind Büsche das ist witzig okay ähm na komm wird fertig äh bisschen Wut ja Wut ja Wut ja Wut 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 du Da-da-da-da-da-da.